Dank Newhow hatte ich jetzt einige Zeit die Möglichkeit, den Airport Extreme von Apple zu testen und ich muss sagen, ich war und bin eigentlich immer noch sehr überzeugt von diesem Produkt, auch wenn es mit 159 Euro wirklich ein sehr teurer WLAN-Router ist. Wer aber ohnehin Mac bzw. iOS zu Hause nutzt, der wird wahrscheinlich früher oder später auf genau diesen Router zurückgreifen, weil er einfach sehr gut mit eben diesen Geräten harmoniert. Die Handhabung, die Installation und die Konfiguration sind so einfach gestaltet, dass man eigentlich nur einstecken muss, Kennwort einrichten soll und das war's schon. Und genau deshalb würde ich diesen Router auch so sehr empfehlen, denn er ist einfach Apple-typisch gehalten, wirklich einfach zu nutzen. Was mich stört, sind die wenigen Schnittstellen, vor allem die wenigen USB-Schnittstellen, die dieser Router hat, denn ich finde, das ist schon auch noch was, wo viele Wert drauf legen. Die wirklich einfache Handhabung und das Design sprechen absolut für diesen Router, aber auf der anderen Seite gibt es dann eben den wirklich hohen Preis und die wenigen USB-Schnittstellen, die ein K.O.-Kriterium sein könnten. Ihr müsst also am Ende doch wieder selbst entscheiden.